Puff! Ich bin ein Hund! Hi guys! I'm welcome to a new video! My name is SJH. Thank you for watching! So ihr Lieben, heute spielen wir ein Spiel namens Blob. Ich wollte seit ein anderes Spiel... spielen... ähm... Ich hab's im Google-Ei gegeben, dann kam einfach dieses Spiel. Also werden wir schauen, äh... was das so ist. Ich hab zwei Level davon gespielt und dachte mir so, ja klar, mach ich einfach ein Video so, weil... warum nicht? Ich weiß nicht, wenn ihr's schon mal gespielt habt, dann schreibt's in die Kommentare, weil ich hab's echt noch nicht gekannt und... Ja, dann fangen wir aus sofort an! What the...? What...? Okay, wenn man jetzt jetzt diese Dingsis... und ähm... Okay, Purple Wall indicates maximum amount. Also kann ich... Also, also darf ich nur zwei, weil es zwei lila sind? Oder bin ich jetzt zu groß? Scheiße! Verdammt! Ich bin jetzt zu groß! Okay, nochmal! Darf ich nur ein? Had the number of Purple Wall... Number on the Purple Wall... Ach, das ist ne Nummer! Scheiße! Ich brauch nur Grif... ich brauch ne Brille, ey! Ich dachte, das wär einfach so ein Strick, das ist ne Eins! Okay, äh, ich brauch drei Stück. Ja, das wär ja auch ganz einfach. Guck mal, ich bin jetzt der grüne Süße... Scheiße! Shit! Leute, ich... lose! Ich... ich... nein, ich verkack das gar alle sowas von! Okay, auf jeden Fall, das Spiel ist doch ganz cool! Was ist das denn? Ach, das ist so ein Hund! Würde ich jetzt einfach mal... ich... ich lese mir jetzt einfach nicht durch, ich hab keinen Bock! Wow! Oh, durfte ich den essen oder nicht? Das war... das war irgendwie falsch, oder? Nochmal! Ich hätte es vielleicht früher... also vorher einmal spielen sollen, weil... naja... Ah! Okay, also darf er mich nicht begrennen. Ich brauch, äh... ich darf nur mit einem. Ach, einfach! Er... er nimmt mir jetzt einen weg. Also das Spiel ist doch mal cool! Das ist cool! Ja, das ist cool! Ähm, orange Blocks, when eaten, make your food count, but your size stays the same. Hä? Scheiße! So, jetzt gehen wir einmal hier durch und... und nehmen das jetzt... oh, shit! Hä? Jetzt komm ich da gar nicht mehr hoch? Wieso komm ich nicht da hoch? Ach so, und wie krieg ich den jetzt? Wow! Okay! To recap what we have learned. Four Blocks needed to win. Hä? Nein! Scheiße, Mann! Ich wollte nur den einen nehmen! Okay! Wir gehen jetzt hier durch. Wir gehen jetzt hier... Wo bin ich? Scheiße! Aha! Wo ist meine Kugel? Blob! Blob, komm zurück! Kacke! Wo ist er hin? Ich... ich starte das Spiel von neu. Äh... Nein! Kann ich auch nur den Lilan nehmen? Uh! Okay! Jetzt gehen wir hier einmal durch. Hier... Scheiße! Das war auch falsch! Dieses Level ist einfach nichts für mich! Okay! Wir gehen jetzt... ich brauch vier Stück! Also gehen wir jetzt hier hoch und da und hier! Nehmen uns den! Nehmen uns das! Nehmen uns... Wow! Okay! What will happen when you eat the red blocks? Niemand weiß es! Soll ich die essen oder soll ich spring einfach mal rüber? Ach so! Ah! Ich kann hoch springen! Ja! Das war's! Wollt ihr mich verarschen? Das war's! Jetzt echt? Okay! Gut! Nein! Das war's! Ja! Haha! Ja! Es war ein cooles kleines Spiel! Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt sie in die Kommentare oder so! Keine Ahnung! Ähm... Das Spiel hieß... The Blob! Falls ihr spielen möchtet! Ich dachte es wäre länger! Aber... Ja! Kommt halt ein kurzes Video! Danke fürs Zuschauen! Und bis dann! Ciao!